Im Dezember 2015 ermöglichte die S. Fischer Stiftung und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung zwei Debatten, zwei Debates on Europe in Minst, in Belarus und in Kharkiv im Nordosten der Ukraine. Ich hatte das Glück, daran teilnehmen zu können, wie einige andere heute hier im Saal auch. Wir haben gestern hier eine kontroverse Diskussion erlebt, aber im Grundkonsens war man sich glücklicherweise einig. Die Diskussion Ende 2015 in Kharkiv unternahm dank Geri Jada den Versuch, die andere Seite, ja die feindliche Seite, zu Wort kommen zu lassen, in dem Versuch, Frieden zu schaffen. Und ich möchte versuchen, dass, es gibt eine Beschreibung von mir Anfang 2016 geschrieben. Die Brisanz der Gespräche in Kharkiv ergab sich durch die Einladung der Lyrikerin Elena Zaslavskaja, die in Luhans lebt und auch öffentlich für die sogenannte Volksrepublik Luhans Partei ergreift. Bei einer Veranstaltung beim Poesiefestival im Juni 2014 in Berlin hatte ich sie als Diskussionsteilnehmerin erlebt. Sinngemäß hatte sie damals gesagt, ihr sei es gleichgültig, wer sie vor den ukrainischen Nationalisten verteidige. Dass sie im Dezember 2015 nach Kharkiv eingeladen worden war, lag vor allem an Geri Jada. Dank seiner Autorität, sowohl als Schriftsteller wie als politischer Aktivist, war dies möglich. Und ihm vertraute offenbar auch die Eingeladene. Die Proteste in den Medien gegen diese Einladung ließen die Organisatoren Widerspruch befürchten, der über den Austausch von Ansichten auch hinausgehen könnte. Die Gespräche fanden bis auf die Abschlussveranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Raum war nicht groß, die Stühle für die Teilnehmer standen im Kreis. Es wurde ukrainisch, russisch und englisch gesprochen bzw. in diese Sprachen übersetzt. Am Nachmittag des ersten Tages fand als vierte Diskussion ein Gespräch zwischen dem aus Luhans stammten Künstler Sergej Sakharov, der zurzeit in Kiew leben muss und Elena Zaslavskija statt. Jetzt war ein halbes Dutzend Kamera auf die beiden gerichtet. Es ist schwer, die Entwicklung dieses Gesprächs angemessen zu beschreiben, das ruhig begann, dann aber, daran waren nicht die beiden Hauptakteure schuld, schnell schrill werden sollte. Sergej Sakharov sprach zurückhaltend. Worte seien nicht sein Metier, sagte er. Er war durch die Miliz der sogenannten Volksrepublik Donetsk wegen seiner Karikaturen für drei Wochen inhaftiert worden. Man hatte ihnen der Haft geschlagen und ihm dabei eine Rippe gebrochen. Er sprach ruhig, den Inhalt hörte ich auf Englisch in der emotionslosen Simultanübersetzung. Drei Scheinerschießungen habe man mit ihm vorgenommen. Wie reagiert man darauf? Auch Elena Zaslavskija wirkte betroffen und ratlos. Weil beide Diskutanten sich zum Reden erhoben hatten, standen sie einander nun im Licht der Kameras wie Duellanten gegenüber, umringt von uns Zuhörern. Ein erster Versuch, von Geri Schadern die Diskussion zu beruhigen, Elena ist unser Gast und wir können sie nicht für das Geschehene verantwortlich machen, wirkte nicht lange nach. Das lag zum Teil auch an Gästen, die davor und danach nicht anwesend waren. Vereinfacht gesagt, jede und jeder wollte das, was ihr oder ihm, selbst oder Freunden oder Angehörigen angetan worden war, loswerden und endlich schien es jemanden zu geben, an den man es direkt adressieren konnte. Die Anschuldigungen wurden immer vehementer. Dann war es Senat Pechanin, Rechtsanwalt und Zeitungsverleger aus Sarajevo, der sich erhob und an die Moderatorin gewandt rief, please stop this. Es könne nicht sein, dass alle gegen eine argumentierten. Während des Krieges in Bosnien-Herzegowina, so Pechanin, sei für ihn und seine Freunde in Sarajevo das Wichtigste gewesen, die Serben in der belagerten Stadt vor Übergriffen zu schützen, gerade weil die Stadt von Serben eingeschlossen war und beschossen wurde. Wer sein Vaterland verteidige, sei durchaus ein Held, aber heldenhafter sei es, auch diejenigen zu schützen, die von den eigenen Leuten bedroht werden. Senat Pechanin hat es präziser und eindrucksvoller gesagt, meine Wiedergabe trifft es nur sinngemäß. Noch einmal eskalierte die Diskussion, als eine Frau ihr Smartphone hochhielt, um die Bilder eines von den Separatisten-Gefolterten zu zeigen. Ob sie, Elena Zaslavscher, ja dafür die Verantwortung übernehmen könne. Ja, das könne sie, antwortete die Angesprochene, wenn die Fragerin ihrerseits die Verantwortung für ihre getöteten Freunde übernehme. Am Ende war es wie der Senat Pechanin, der den anderthalb Stunden eine Deutung gab, die alle überraschte. Er beglückwünschte die Ukrainer dazu, etwas unternommen zu haben, was bei ihm zu Hause selbst nach zwei Jahrzehnten immer noch größte Schwierigkeiten bereite. Den Versuch, miteinander zu reden. Wenn man keinen Krieg wolle, müsse man reden. Und das bedeute vor allem, dem anderen zuzuhören. Er bedankte sich bei allen, die dies hier und jetzt praktiziert hätten. Es gab kaum jemanden in der Runde, der sich seinem Dank nicht anschloss. Auf welch dünnem Eis sich dieser Versuch bewegte, zeigte am Tag darauf in einer öffentlichen Diskussion in der Universität. Der Saal war gut gefüllt. Jerry Jardin hatte demonstrativ einige Mitglieder des rechten Sektors, die an den wattierten Uniformen ihr Abzeichen trugen, mit Handschlag begrüßt, was mich anfangs irritiert hatte, aber, wie sich zeigen sollte, die richtige Geste gewesen war. Ich hätte mir Senat Pechanin auf dem Podium gewünscht, damit er von seinen Kriegs- und Nachkriegserfahrungen hätte sprechen können. Denn um Leben und Tod ist es in meinem Leben zum Glück noch nie gegangen. Zudem empfand ich es nicht als selbstverständlich, dass wir Deutschen in Kharkiv, das im Zweiten Weltkrieg mehrfach umkämpft gewesen war, Deutsch sprechen konnten und dies ohne offenbare Sentiments damit auszulösen. Die Haltung einer Ärztin, die wir als freiwillige Unterstützerin der ukrainischen Armee kennengelernt hatten, schien auch im Hörsaal vorzuherrschen. Wir reden mit ihnen, wenn wir gewonnen haben. Die verschiedenen variierten Ausführungen unsererseits, die letztlich alle darauf hinausliefen, mit den anderen jetzt zu reden, schon weil es gar keine andere Möglichkeit gibt, riefen Schweigen oder Protest hervor. Unser Appell lief aus verschiedenen Gründen ins Leere. Einer davon war, dass der Gesprächspartner, den wir voraussetzten, noch nicht einmal im Sprachgebrauch existierte. Letztlich ging es dem Publikum auch im Hörsaal darum, das, was ihnen persönlich an Leid widerfahren ist, öffentlich auszusprechen. Elena Zaslavskaya saß mit im Hörsaal, nur eine Reihe vor einer Gruppe des rechten Sektors, sie blieb Zuhörerin. Als nach drei Stunden die Veranstaltung vorüber war, stimmte der Saal die ukrainische Nationalhymne an. Alle erhoben sich, die meisten legten die rechte Hand aufs Herz, nicht wenige die geballte Faust. Elena Zaslavskaya blieb sitzen, zwei Frauen auf der anderen Seite des Hörsaals ebenfalls. Peter Schwarz, der unsere Reise auf geradezu vollkommene Art und Weise organisiert hatte und uns vor Ort betreute, legte, als die Hymne begann, eine Hand auf die Schulter von Elena Zaslavskaya. Es war eine Geste, die sich mir einprägte. Sie bedeutete Schutz und Beruhigung, wie auch Ich stehe für dich mit auf. Vom Podium aus war gut zu sehen, dass das Nicht-Aufstehen registriert wurde. Die Hymne beendete der kollektive Ruf aus Männerkehlen, Ruhm der Ukraine. Die Hand lag noch immer auf der Schulter des Gastes aus Luhans. Um es vorwegzunehmen, die Veranstaltung endete ohne nennenswerte handgreifliche Auseinandersetzung. Aber das, was vor allem der Entschiedenheit, Demut und der Redegewandtheit der Moderatorin Ivana Jakubova und Jerry Jardans zu danken, nicht zuletzt aber auch der Anwesenheit des deutschen Generalkonsuls. Wie sich später herausstellte und wie Jardin berichtete, gab es die Absicht, Elena Zaslavskaja festzunehmen und dem ukrainischen Geheimdienst zu übergeben. Man warf ihr vor, andere verraten zu haben. Peter Schwarzte leitete sie nach vorn, wo sich einige von uns ausländischen Gästen, wie auch der Generalkonsul, versammelten. Obwohl der Großteil des Publikums den Hörsaal verließ, war zu sehen, dass sich oberhalb der Sitzreihen die Anwesenheit junger Männer verfestigte. Den linken Gang im Hörsaal schirmte Jerry Jardam diskutierend ab, den rechten Gang Ivana ebenfalls diskutierend. Einen anderen Ausgang gab es nicht. Schließlich kam Ivana nach unten, ergriff die Hand von Elena Zaslavskaja und stieg mit ihr gemeinsam nach oben. Ich fragte, was wir tun sollten. Geh voran, sagte sie, doch kaum waren wir dorthin gekommen, wo die jungen Männer standen. Jerry verhandelte auf der anderen Seite mit den Uniformierten, schoben sich zwei von ihnen hinter mir in den Gang. Sie stellten Elena Zaslavskaja zur Rede. Es gab einen Wortwechsel. Sie wollten von ihr wissen, zu welchem Land Luhans gehöre. Sie antwortete ruhig, Luhans gehöre zurzeit nicht zur Ukraine. Einige reagierten aufgebracht darauf, andere nicht. Schließlich einigte man sich darauf, dass die Formulierung zurzeit oder momentan das entscheidende Wort in diesem Satz sei. Die jungen Männer gaben den Weg frei. Wir stiegen weiter nach oben. Der Generalkonsul folgte. In seinem Wagen fuhr Elena Zaslavskaja schließlich als Erste davon. Vor dem riesigen Gebäude sprach Sherry Jadan danach noch lange mit den jungen Männern, wie mit denen, eher Älteren, in den Uniformen des rechten Sektors. Es schneite. Sherry kam vor lauter Fragen und Gegenfragen nicht dazu, seinen Mantel zu holen oder auch nur seine Mütze aufzusetzen. Ich verstand wenig, dass die Ukraine sprachen. Einer fragte, ob es überhaupt sinnvoll sei, öffentlich oder überhaupt miteinander zu reden. Aber was wäre die Alternative? Eben noch hatte ich diese Männer als Bedrohung erfahren. Jetzt, da ich unter ihnen stand, wirkten sie traurig, eher niedergeschlagen, vor allem aber ratlos. Ich hätte mir gewünscht, ihnen irgendetwas Tröstliches sagen zu können. Danke. Applaus 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 Applaus